Tatsächlich ist es der größte Fehler zu denken, die Menschheit hat gelernt und die großen Krisen wiederholen sich nicht mehr. So, und jetzt sage ich dir, wie ich das sehe. Wir haben bis jetzt tatsächlich in den letzten Jahren einen unfassbaren ewigen Sommer erlebt. Und jetzt kommt ein anderes Wetter. Ich weiß nicht, ob es ein kurzer Herbst wird oder ein tiefer Winter. Ich habe keine Kristallkugel, ich weiß das nicht. Aber ich weiß, dass wir uns vorbereiten sollten. Und solange ich denken kann, predige ich geradezu intensiv. Ich bitte geradezu, bitte leg dir einen finanziellen Schutz an. Als Individuum und auch als Firma. Bitte baue dir eine finanzielle Sicherheit. Als Individuum, auch als Firma. Eben weil Glück und Unglück nicht planbar sind. So, was brauchen wir dafür? Drei Dinge. Erstens, absolute Disziplin. Und da die meisten Menschen diese Disziplin nicht haben, habe ich das Kontensystem erfunden. Also schau dir das Kontensystem an und wenn du es noch nicht hast, nutz es, nutz es. Dann übernimmt das System für dich die Disziplin. Aber du brauchst Disziplin oder ein System. Zweitens, das scheint jetzt ein bisschen komisch, diese Wortschöpfung zu sein, produktive Paranoia. Du hast richtig gehört. Ich sage, ich rate dir Paranoia. Ich glaube, dass es gut ist, sich das Aller, Aller, Allerschlimmste vorzustellen. Nicht um in Panik zu verfallen, sondern um dann aktiv zu werden. Das heißt ja nicht Paranoia, sondern produktive Paranoia. Also dich darauf vorzubereiten. Deine Antwort auf die Umstände frühzeitig zu geben, indem du dich vorbereitest. Glaube ich, dass das Allerschlimmste wirklich passiert? Wenn ich es dir sagen sollte. Nun, ich glaube, tatsächlich ist es der größte Fehler zu denken, die Menschheit hat gelernt und die großen Krisen wiederholen sich nicht mehr. Ich würde mich freuen, wenn die Menschheit gelernt hat. Aber ich würde mich trotzdem lieber an deine Stelle auf die große Krise vorbereiten. Nicht, weil ich sage, dass sie jetzt kommt. Das weiß ich nicht. Weil ich aber glaube, dass sie in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall kommen wird. Wahrscheinlich sogar in den nächsten Jahren. Ich glaube, manchmal ist es gut, einfach mal in den Klassikern nachzulesen. Was haben schlaue Leute schon vor Jahren gesagt über eine mögliche Krise? Ich habe ja einen solchen Klassiker, der Weg zur finanziellen Freiheit. Und ich lese da einmal vor aus der Seite 200 aus dieser Taschenbuchausgabe. Im Übrigen habe ich das geschrieben vor 23 Jahren. Also ist das jetzt nicht eine Momentaufnahme, was ich zur Krise sage, sondern es ist etwas, was ich immer schon in meinem Leben immer schon gesagt habe und immer schon habe kommen sehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es immer wieder kleinere Crashs an den Aktienmärkten. Im Nachhinein betrachtet waren sie nie besonders heftig, denn die Kurse haben sich immer wieder relativ schnell erholt. Wir können sagen, es handelt sich um kleinere Bewegungen wie Tag und Nacht. Es handelt sich nicht um große Zyklen wie Sommer und Winter. Dass es noch einmal einen großen Börsenwinter geben könnte, wie wir das in der Weltwirtschaftskrise 29 bis 32 erfahren haben, hielt kaum jemand für möglich. Und ich habe seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass Zyklen nicht einfach verschwinden. Trotzdem konnten wir während der Boom-Phasen kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne zu lesen, diesmal ist alles anders. Eine Weltwirtschaftskrise kann sich nicht mehr ereignen, so wurde behauptet. Aber Sir John Templeton, der große alte Herr des Funkgeschäfts, mit dem ich übrigens mal das Vorrecht hatte, zu Abend zu essen. Er war vier Milliarden schwer, hatte eine Insel, er war auf den Bahamas. Also ein fantastischer Typ, geadelt von der Queen of England. Damals der Moneymaker Nummer eins der Welt. Der sagte damals, Die gefährlichsten Worte im Kapitalanlagegeschäft sind. Diesmal ist alles anders. Ein großer Crash kann und wird sich also wieder ereignen. Tag und Nacht ist ja nicht alles. Es gibt auch die Jahreszeiten. Auf einem langen Sommer folgt ein Winter. So wie es kleine Trends gibt und lange Phasen. Das war immer so und das wird auch immer so sein. Das ist in der Natur so und auch in der Wirtschaft. Es wird solche Krisen geben, solange es Menschen gibt, die von Gier einerseits, wir haben viel Gier gesehen in den letzten Jahren, und von Angst andererseits getrieben werden. Als viele dachten, solche niedrigen Beweggründe könnten die Wirtschaft nicht mehr beeinflussen, ja, da wurde sie durch die New Economy, die Internetblase und den neuen Markt eines Besseren belehrt und so weiter und so weiter. Ich glaube, du verstehst, was ich sagen möchte. Wir brauchen Disziplin, Kontensystem. Wir brauchen produktive Paranoia. Und wir brauchen noch etwas Drittes, empirische Kreativität. Denn wir können ja nicht wissen, was passiert. Und weil wir es nicht wissen, bereiten wir uns mit Disziplin vor. Wir entwickeln eine Art Paranoia, also eine produktive Paranoia, und wir entwerfen Krisenszenarien. Da sind wir aber produktiv. Und das tun wir, dass, falls diese Katastrophen wirklich eintreffen, sie uns nicht umbringen. Denn auch ein finanzieller Tod ist nicht schön. Damals, 1929, sind unglaublich viele Menschen aus dem Fenster gesprungen, um Selbstmord zu begehen, weil sie einfach es nicht ertragen konnten, nichts mehr zu haben. Und wenn dann so eine große Krise doch nicht eintrifft, wenn der Klassiker nicht recht hat, dann hast du ein noch schöneres Leben. Du hast die ganze Zeit über ein behütetes Gefühl und später wirst du noch reicher, als du geplant hast. Aber ich schlage vor, wir sind kreativ. Also, wir brauchen Disziplin, produktive Paranoia und Kreativität. Und jetzt mal ganz ehrlich. Welcher Typ bist du mit deinem Geld und mit deiner Firma? So, jetzt haben wir ein geradezu unheiliges Wort verwandt. Paranoia. Und ich habe gesagt, dass ich in meinem Herzen ein unverbesserlicher Optimist bin. Jetzt stehen diese beiden Worte da und wir müssen uns fragen, was ist es denn jetzt? Paranoia oder Optimismus? Und ich glaube, dass wir weder auf Paranoia verzichten können, noch auf Optimismus. Ich glaube, dass wir immer beides brauchen. Es wird ja manchmal der Vergleich von Corona zur spanischen Grippe herangezogen. Und ich glaube, der Vergleich hinkt. Aber es gibt doch einige Dinge, die wir aus der spanischen Grippe lernen können. So hat zum Beispiel noch im Oktober 1918, als schon viele tausend Menschen in Deutschland gestorben waren, der Kaiserliche Reichsgesundheitsrat in Berlin sehr grob fahrlässig gehandelt. Geradezu ignorant. Das Gremium votierte damals gegen Quarantänemaßnahmen, auch gegen Schulschließungen, aber auch für ein allgemeines Verbot von Versammlungen. Es fürchtete nämlich wirtschaftliche Nachteile. Und wollte die Bevölkerung nicht beunruhigen. Wenn du mich nach einer Kurzzeitstrategie fragst für die mögliche Krise, dann sage ich, finde jetzt deine Mischung für dich zwischen Paranoia und Optimismus. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020